Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zurück bei Jurassic World Evolution und in der letzten Folge waren wir auf der anderen Insel und haben dort zumindestens teils angefangen da ein bisschen aufzuräumen, weil ich verdiene dort immer noch kein Geld, ich muss langsam auf die 5 Sterne kommen. Hier bin ich jetzt momentan auf 4 Sterne und ich habe gerade neue Genome getestet und wir gucken mal ganz kurz an wie der Dino jetzt aussieht. Okay, ich finde, ja, dieses so braun, schwarz, weiß, so Gemisch, Forschung habe ich als nebenbei auch schon angefangen, nicht viel, ich habe zumindestens mal mich ein bisschen um den Strom gekümmert, der hier wird genauso aussehen und ich habe auch schon neue Dino-Klassen wieder erforscht, also ich habe glaube ich jetzt den Ankylubald und die Lophosaurus, die mussten jetzt langsam, da liegen schon wieder tote Viecher rum. Ähm, wollen wir mal kurz, kurz gucken, der Ankylub, den könnte ich eigentlich jetzt mal machen, oder? Habe ich da für den schon ein paar Genome? Warte mal kurz, wollen wir uns kurz gucken, ne, da kriegen wir erst die Farben später rein. Ähm, ich mache mal einen, setze den auch mal hier in das Gehegel, das müsste eigentlich groß genug sein und die Pflanzenfresser, ich glaube nicht, dass die sich so gerne umbringen. Ich habe noch ein paar Raptoren vorbereitet, die ich jetzt reinlasse, also mit dem Park will ich hier den meisten Money verdienen, ich bin jetzt bei 15 Millionen und ich habe wieder genug Fossilien, die ich im anderen Park verkaufen kann, um denen ein kleines bisschen aufzurüsten. Ich habe da schon angefangen, ich habe schon Stromzäune gemacht, damit uns die Raptoren nicht flüchten gehen. Ich muss mal kurz gucken, hier war das Kraftwerk, ne? Ähm, ja genau, hier habe ich schon die ersten Verbesserungen drin, die mache ich beide mal ganz kurz rein und habe eine Trophy bekommen, wunderbar. Ähm, da vorne habe ich eigentlich noch ein Kraftwerk, ich bespanne einfach mal beide. Müsste eigentlich gehen, oder? Kostet ja nichts. Genau. So, sind wir hier zumindest erst mal gut aufgestellt, ich lasse den Ankylo gleich noch rausballern und, äh, wir müssen, wir müssen jetzt eigentlich mal auf die andere Insel gehen, oder? Wir haben erst mal genug Fossil, das kriegen wir jetzt erst mal hin. Ähm, huch, falsche Taste. Wir gehen rüber auf die andere Insel. So, hier, da sind wir immer noch auf einen Stern und hier hinten, da, das ist ja unsere, wie soll man das sagen, die Sandbox-Insel und, äh, da haben wir letzte Folge ein kleines bisschen angefangen, noch nicht weiter gemacht, wir haben die Raptoren drinne, aber ich will da großteils viele Fleischfresser haben und ich will zumindest jetzt auf dieser Insel ein bisschen was freischalten, dass wir neue Dinos dazu bekommen. Wir gehen mal ganz kurz rüber. So, da sind wir schon. Wir hatten, äh, Bionics hab ich noch nicht. Ich nehm einfach, ich nehm ja sowieso einfach immer alles an. Äh, was haben wir denn hier? Da waren die beiden Raptoren. Die lasse ich mal ganz kurz raus. Die sind jetzt hier in den neuen Gehege drin, also ich hab da außen rum mal ein bisschen Strom gelegt und ich muss, äh, ich muss mal ganz kurz schauen, dass ich die Upgrades hier auch reinballer. Aber sonst hab ich ein kleines Problem, weil die bereichen beide immer noch nicht. Die Insel ist kacke. Also ich weiß nicht, was bei der nächsten Insel kommt, ob das jetzt, äh, dann noch schwieriger wird. Ich hatte bis jetzt noch keinen Ausbruch. Ich hatte noch keinen Ausbruch und, äh, ich denke mal mit Raptoren könnte das hier durchaus passieren. Dann muss man ganz kurz die Fossilien kurz verkaufen. Falsch. Leute, da war's. Die Fossilien verkaufen. Hier haben wir einmal neu. So, weg, 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 weg. Und wir sind bei 1,3 Millionen. Und ich denke mal, jetzt mit den Raptoren dürfte das klappen, dass wir mal ein bisschen was ranbekommen. Na, du Kleiner. Wie siehst denn du aus? Und dich hab ich braun gemacht. Dann gucken wir uns mal genauer an. Ist ganz süß eigentlich, oder? Der einzige, ähm, ich hab jetzt wieder Jurassic Park 1 geschaut. Und, ähm, das sind ja keine, also da steht zwar Velociraptor da, ne? Also wenn ihr guckt, da steht, war der da, Velociraptor. Das ist aber gar kein Velociraptor. Wie hieß denn der eigentlich nochmal? Also Velociraptoren, die sind ja bloß kniehoch 30 Zentimeter oder so. Und, ach, wie hieß denn der? Dinonychus. Hier ist es ein anderes Tier. Also, äh, Velociraptor ist, äh, wie gesagt, 30 Zentimeter hoch und hatte, äh, Proto-Federn. Und das hier ist eigentlich ein Dinonychus. Dinonychus? Ja, irgendwo, so ganz komisch heißt das. Ja, ähm, wohl mal als kleiner Funfact, weil ich hab mir sozusagen die Doku zum Film angeschaut. Und, ähm, die haben da gesagt, äh, Velociraptor, cooler Name, aber wir wollen ein anderes Tier. Deswegen haben sie den Dinonychus, Dinonychus, ich, äh, ich kann das nicht aussprechen. Also, das Tier mit dem Namen von Velociraptor. Dann kam dann das raus. Ohne Federn. Besteht sich. Gut. Ähm, wir haben da oben alles verkauft. Wir haben zwei Raptoren hier drinnen. Wie sieht es denn eigentlich mit dir aus? Sozial, da könnte noch ein bisschen was rein. Wir machen, wir machen das Ding sowieso knackevoll hier. Ähm, das Genom, ich will die mal rausnehmen. Dann sind die ein kleines bisschen, äh, die sind raus. Dann sind die zumindest ein bisschen robuster. Äh, ne, 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 ne. Ich hatte doch eigentlich auch was erforscht, ne? Oder war die Forschung noch gar nicht vorbei? Wir gucken mal ganz kurz. Angriff. Die können wir schon tauschen. Äh, Lebensfähigkeit geht runter. Ich will die ja noch nicht zum Kämpfen haben. Ich will die ja momentan allgemein zur Bespaßung. Bewertung geht hoch. Ich mach mal sowas. Bewertung plus elf. Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Könntest du mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ich will einfach mal... Kann man immer nur eins auswählen, oder wie? Hm. Wertende Zähne. Bewertung plus elf. Machen wir mal. Machen wir mal. Ballern wir mal raus, das Vieh. So. Ähm. Läuft der Park jetzt an? Ich bin, äh, anderthalb Sterne gerade. Erforschen und sowas würde mir jetzt, glaube ich, gar nichts bringen. Ich müsste hier eine Vielfalt von Tieren reinbringen. Das probieren wir jetzt auch einfach mal. Wir haben ja den Ankylo erforscht. Da setze ich mal zwei rein. Und ich könnte eigentlich zur Attraktion... Hier hab ich immer noch so einen Mittelkreis. ...dass ich mal ein paar Tiere kämpfen lasse. Äh, fotografieren Sie einen Dinosaurier, der kämpft. Könnte ich eigentlich mal machen, oder? Ich meine, wenn wir da... Raptor gegen... Ne, das wär zu einfach. Gegen dich. Gegen so einen hier. Oder wir holen der schnell einen Ankylo raus, dann können wir sehen, wie der den wegboxt. Gucken wir gleich mal. Sobald der eine Ankylo von den zwei raus ist, dann machen wir mal ein kleines Kämpferchen. Und da gucken wir mal, wie sich der Vediciraptor schlägt. Der wird voll hart auf die Fresse kriegen. Das sage ich euch jetzt schon. Ah, da müsste ich ja... Ähm... Wo wir gerade einmal dabei sind. Alter Mikro... Heute ist mir das Mikro erst ein bisschen im Weg. Ich muss mal kurz kurz... So. Jetzt aber. Äh... Das Hammond-Ding ist fertig. Machen wir mal... Das reicht nicht, mein Geld. Was? Achso, ich hab zu viele Dinos gemacht. Äh... Tö, 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 tö. Ich jag hier meine Dinos voll ins Boxhorn, ne? Ich krieg hier kaum Schotter zusammen, aber ich soll die Tiere kämpfen lassen. Wo ist denn hier eigentlich mein Autopark? Damit ich überhaupt... Hab ich überhaupt einen? Ja, Ranger-Team hab ich. Gut. Äh, tö, 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 tö. Was ist jetzt fertig geworden? Wann ist das die Raptoren? Ach, schon wieder einer kaputt. Ich raste bald aus. Die Viecher sind bockenteuer und sterben... Ich hab kein Geld mehr. Und sterben am laufenden Band. Was machst du denn, du für einen Krach? Wo ist er denn? Ah! Du hast ja noch gar kein Fressen. Oh Gott. Du armes Werstel. Ich musste ja noch Essen hinbauen. Sonst drehen die mir total am Zippel. Habt ihr da drüben überhaupt Essen? Ja, ihr habt was? Reserve 8 von 10. Da ist noch genug. Ähm, gut, ist auch verpflanzten, Fresser. Mal kurz gucken. Ja, ja. Das Funkt so nuckelt. Ähm, Sterne gehen noch nicht hoch. Die Einnahmen sind immer... Warum geh ich denn so extrem runter? Ausgaben sind zu hoch. Nee, Gewinn pro Minute geht. Da müsste es eigentlich mal langsam am Plus kommen. Gut, wenn die Viecher nicht immer permanent abnäppeln würden in dem Ding, dann würde das viel besser funktionieren. Komm, Raptor. Jetzt bei 99% müssen wir das verkacken. So. Komm mal raus hier. Dich kennen wir ja schon. Nee, du bist ja jetzt getuntet hier, ne? Aber auf dem Aussehen dürfte sich jetzt eigentlich nichts verändern. Nee, sieht nur aus wie vorher. Nur getunt halt. So ein wenig... Ey, die sind so scheiß teuer, ne? Und ich will hier einen voll verschießen. Zwei Kühle sind gleich fertig. Kann man da mal überschwenken, äh... Wie der denn hier ausschaut. Ja. Ja, das hier ist ein Ankylosaurus. Stark, gepanzert und mit einem Schwanz wie eine mächtige Keule. Selbst in der Kreidezeit konnte ein stumpfes Objekt manchmal effektiver sein. als ein scharfes. Boah, sieht auch ganz geil aus, finde ich. Ich hoffe, dass die sich... Finanzen. 122.000 plus, weil der Ankylo jetzt da ist. Sieht aber ganz nett aus. Gucken, dass nicht hier die Viecher irgendwann durchdrehen. Was hast du denn eigentlich für Bedürfnisse? Sozial, er ist nicht gerade so sehr sozial. Bestand, Wald, Wald... Das geht eigentlich. Wir sind hier mit ihm in einem guten Bereich. Ich hoffe nicht, dass die Bieste sich jetzt alle kloppen. Das muss ich hierher fahren und das schnell fotografieren. Ähm, der Zweite an Kylo. Hallo? Ich habe mich nicht freigelassen. Gut, wir gucken mal ganz kurz in die Finanzen rein. Wir sind bei 127.000 plus. Das heißt... Okay, Tropensturm auf dem Weg. Wie gesagt, er hat nichts. Das heißt, gleich kommt hier ein Sturm. Da drehen die Viecher am Rad. Die Leute drehen am Rad. Hier geht mir alles vor die Knie. Hm. Noch ist alles in Butter. Strukturen beschädigt. Okay, wo? Das Ding ist beschädigt. Ranger Team. Bitte einmal Aufgabe hinzufügen. Einmal reparieren. Bitte, danke. Müssen wir mal gucken, dass hier noch mehr passiert. Wenn jetzt irgendwas mit den Gehegen passiert. Oder Stromausfall ist. Dann laufen hier die Raptoren rum. Und bringen die ganzen Menschen um. Das will ich mir aber alles für später aufsparen. Weil ich das bewusst machen will. Ich will einen richtigen Jurassic Park. Und was passiert in einem echten Jurassic Park? Irgendwas stirbt. Nur bei optimalen Umweltbedingungen. Wie viel Geborgenheit. Lass mich in Ruhe mit deiner Geborgenheit. So, das Ding wird jetzt neu aufgebaut. Kann eigentlich nichts rauslaufen. Was ist das hier? Warum rennen hier die Menschen rum? Ach, da ist er doch raus. So ein Arschloch. Ähm. Ähm, 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 ähm. Wir machen mal. Äh, Ranger Team. Machen wir bitte Aufgaben hinzufügen. Danke. Und, äh. Wir fangen mal so ein Raptor. Jetzt drehen die hier total. Jetzt habe ich ein Arc Update. Ähm. Wir machen das mal ganz einfach. Wir machen mal. Neues Ranger Team hinzufügen. Aufgabe hinzufügen. Da liegt schon ein toter Mensch. Hier hat er den nächsten. Äh, da bräuchte ich die Helikopter für, ne? Die hab ich nicht. Ähm. Schutzraum. Die machen wir mal ganz kurz auf. Schutzraum öffnen. Alarm. Äh, jetzt habe ich hier die Raptoren an der Backe. Ich muss mal ganz kurz hier, äh, Fahrzeug lenken. Wo haben wir denn die Raptoren jetzt? Also hier rennt ein Mensch drum. Da ist ein Raptor. So, Betäubungsgewehr. Voll in die Nase. Hast du das gesehen? Fahr um. Fahr, geh weg. Geht alle weg. Wo ist er? Du musst schlafen. Alter, ein übelster Sniper hier. So, es ist noch mehr kaputt gegangen. Komm her, Raptor. Nicht immer die ganzen Menschen umbringen. Ey. Äh, fuck. Höh. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Hast du den gesehen? Der ist ja frech. Komm mal her. Komm mal her. Habe ich still. Dein Glück, ey. Fahr die mit der her jetzt? Wisst ihr, wird mir jetzt so nach 10 Minuten aufgefallen ist. Ich kann die gar nicht betäuben. Weil, ich glaube, der Ranger, der macht ja eigentlich bloß Dings hier. Äh, Heilung, ne? Also, wenn die Krankheiten haben, dann, dann macht er die wieder gesund. Und, ich habe jetzt den Batzen, dass ich keinen Schotter habe, um irgendwelche Viecher zu heilen. Ich kann das nicht mal reparieren. Oh Gott. Äh, ich glaube, wir müssen, Freunde, wir müssen den Park verlassen. Ich kann ja auf die ballern wie bescheuert und da wird nichts passieren. Ich glaube, den Park können wir total knicken. Hier ist alles verloren, Freunde. Hier ist alles verloren. Einmal die Viecher raus, bis den Minus kannst du nichts mehr machen. Ich kann jetzt nur darauf hoffen, dass die irgendwann an Langeweile sterben oder so. Wo sind die jetzt überhaupt? Ich muss dir vorstellen, du hast hier ein Ranger-Team, ne? Mit Gewehren. Die nicht betäuben können, sondern einfach nur... Ja, was machen sie denn? Denn, äh, die fahren da rum und heilen die Dinos, damit sie noch mehr Menschen fressen. Ja, ist mir egal. Ich kann hier nichts machen. Ich glaube, ich muss die scheiß Insel von vorne neu anfangen. Kacke. Auf jeden Fall, nie wieder in diesem Gebiet, in diesem Sturmgebiet, Raptoren hinklatschen. Ey, das ist so kacke gewesen. Du konntest einfach nichts machen. Du fährst die Viecher echt nur hinterher, ballerst wie bescheuert drauf. So, friends, we have alles repariert. Wir können, äh, den Schutzraum wieder öffnen. Und, äh, wir machen das mal so. Wir machen das schnellstmöglich. Oh, ich hoffe, das geht, äh, zack und zack. Wir machen da jetzt, ich mach da jetzt nur Pflanzenfressen, damit ich das irgendwie hinkriege. Dass wir zumindest mal ein, zwei Dinos hier haben. Wir machen mal dicht dahin. Du bist sowieso ein Einzelgänger. Da klatsche ich dich noch dazu, damit die so halbwegs getrennt sind. Erstmal. Äh, Dino-Kämpfe können wir mit denen nicht machen. Da brauche ich schon Fleischfressen, die wir später reinballern können. Die Tiere können wir auch irgendwann umsetzen. 1,5 Mille haben wir noch. Das, was ich jetzt mache, äh, Verwaltungsansicht brauche ich nicht. Ich wollte, ich wollte jetzt, ähm, Foszenenzentrum, Forschungszentrum, Ranger Station. Äh, das ACU-Zentrum. Der ACU-Helikopter. Genau, der, das Scheißding hat mir einfach nur gefehlt. Den habe ich natürlich da nicht hingebaut, obwohl der essentiell wichtig sein könnte. Oh. Bitte, danke. Kommt noch eine Straße vorne ran. Und im nächsten Run schaffen wir das aber. Dann, äh, ist die Insel safe, weil jetzt können wir auch die Tiere betäuben. Ja? Wonderbra. Haben wir hingekriegt. Können wir die ersten rauslassen? So, zack. Ja, die kämpft schon. Zack. Und jetzt Zuschauer ran hier. Wollen wir uns kurz gucken. Äh, 15.000 Ausgaben momentan. Wir können, wir können, wir können, wir können, wir können, wir können. Musst sowieso hier oben mal schauen. Das ist die Anfälligkeit für Strom. So, Freunde. Total die Chaos-Folge. Ich mache jetzt hier erst mal weiter, dass zumindestens Salz auf den Stand, äh, vom letzten Mal kommen. Mit dem, mit dem, äh, ACU-Gebäude. Und in der nächsten Folge geht's dann standardmäßig an dieser Stelle ein bisschen weiter aufgebaut. Weiter. Hört sich doof an, ich weiß. Gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag raus. Drei mal's gut. Ciao. Ciao.